Ich bin ja der verstorbene Schulleiter, Schulgründer und ich werde quasi als Schulgeist und ich schlag mich jetzt herum, weil ich der Schulgeist bin, schlag mich jetzt herum mit Hulda Stechbart, die hat Anspruch, sie möchte gerne den Schulgeist sein und das möchte ich natürlich nicht so gern und da kommst du zu einem großen Kampf, nicht uninteressant.